Und wenn der Chef ins Zimmer kommt, und wenn der Chef ins Zimmer kommt, dann ist es plötzlich still. Die jungen Damen schauen ihn bewundernd an, weil er so herrlich piepsen kann, der große, starke Mann. Und wenn der Chef nur Schwachsinn spricht, und wenn der Chef nur Schwachsinn spricht, dann sagt er lieber nichts, nichts. Die sich verneigen, himmeln ihn ein wenig an, weil er so herrlich piepsen kann, der große, starke Mann. Und wenn der Chef verstoßen wird, und wenn der Chef verstoßen wird, dann gritzt er plötzlich durch. Die jungen Damen ziehen sich nun nicht mehr aus, der Chef ist eine kleine Maus, bald ist es mit ihm aus. Ich sing jetzt das Lied von der Katze. Miau, 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 mit mit. Yo, 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 meet meet Yo, 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 meet meet Yo, yo, meet, met